Schauen wir mal, wie der in die Liste... Kalium, Rhodium... Ich meine, die sind in dieser Liste so richtig geil nicht da. Haben wir einfach nicht. Das ist der selbst, der, wie er es macht. Sind die Redstone oder können wir da mitblieben? Na, alle verschmolzen und den Rest habe ich bestimmt bei mir noch hier im Inventar. Bestimmt in den Kisten. Naja. Da habe ich nur zwei Stacks dran. Warum brauchst du jetzt so einen Blöcker? Einen, ja. Mach ich mir aber gerade mal selber. Ja, dann... Das weiß habe ich noch hier in der Tasche. Aber könnte ich die Lava packen, kann es eigentlich weg tun. Geht so schneller. Zack. Zack. Ich kann alles raus. Angelblöcker. Dtnd. Zack. Hm, da sind da gewittern. Gewitter? Wo? Neu? Ich weiß. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist viel lustiger. Aha. Die andere... Ich kann die Hälfte nicht herstellen. Von dem Zeug. Ich weiß gar nicht. Weil es ist entweder nicht in diesem Meilen-Ding vorhanden ist oder ich einfach nicht das Rezept dafür bekomme. Selbst im übergoo-goo-goo-goo-goo-goo-goo-goo. Und dann wieder ein, zwei herstellen und da fehlt wieder irgendwas, was ich nicht herstellen kann. Einfach kein bisschen mehr mit dem Zeug rumspielen. Boah. Was denn? Nix. Der muss gelassen sein. Achso, warte mal. Ich kann eigentlich ein Me-System aufbauen. Ich glaube aber nur ein kleines, weil wir uns jetzt das Glück verlassen hat. Mit dem Beutel. Ja. Oh. Schau. Oh. Ich rausnehme. Me. Condent. Relay. Interface. Und Heat-Fed. Maximite. Moltoid. Und. Faschic. Kalkos. Natürlich, der in meinen Hand verspüren ist eben. Boah ey. Fick dich doch. Nee. So weit oben platziert schon wieder. Da ist ne Wall. Da ist Crafting CPU. Double Confess Graveling muss hier noch werden. Double Confess Sound. Äh, ist... Wie weit hier im Raum. Ob man kann ich seh sich. Und Double Confess bla bla bla. Ja. Ja. Das dauert aber. Crivel Dirt hab ich. Ach Crivel und Sand. Das andere mussten sie auch übertreiben. Mit 81.000 Blöcken. Das andere so 81 Blöcke und das andere 81.000. Double Confess. Ja. Crivel, Crivel, Crivel und Sand. So. Ich weiß nicht ob die immer ist. Mal schauen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich hab ein bisschen raus hier. Hat er was zu tun. Äh. Äh. Patent Editor. Aber wir haben jetzt gar nichts mehr. Jetzt hat uns das Glück verlassen. Me. Ne. Interface. Nein. Hitfen, das hab ich ja alles. Kürfen, Crivel haben wir schon. Hat uns das Glück verlassen mit dem Zeug. Ja. Oh shit. Ja. Beim letzten mal hatten wir viel mehr Truhen bekommen wo wir so. Walls hatten. Und jetzt haben wir gar nichts. Oh das ist so fällig. Ah ne da musst du mindestens zwei hoch. Stimmt ja. All Quests complete by Hell and Nightmare haben wir jetzt auch komplett. Uuuuh. Da haben diese drei Diamanten und drei Emirates noch gefehlt du Vogel. Das haben wir auch komplett. Three Monument. Ja das andere sind so tägliche Quests. Kaisium. Das machst du gerade alles wahrscheinlich ne. Äh viel Spaß. Das meiste kann ich nicht herstellen. Ich kann äh. Oben bei der. Die ersten beiden Linger kann ich nicht machen. Und aus der zweiten Reihe kann ich die drei nicht machen. Und das äh Noble Gas kann ich nicht machen. Und von dem anderen kann ich nur die Hälfte machen. Und von dem ganz linken dritte Reihe. Du wolltest schon das aus. Elektrisierte ähm. Glowstone das ne. Also diese Flüssigkeit. Ja. Was daraus das kommt. Nein. Nicht alles. Sind wir sicher? Ja. Außerdem kann ich keine Flüssigkeiten deformieren. Seht nicht. Nein. Und wenn ich Glowstone deformiere. Kommt nur Feros raus. Äh. Pero. Pero. Müh. Oder sowas raus. Und Helium habe ich zum Beispiel nur aus dem äh. Netherstar bekommen. Das sind einfach nur Noble Gaser heißt das einfach nur. Okay. Ich habe doch hier ein super schlaues Minecraft Wiki über das was man machen kann. Aber nicht alles. Das ist das ja. Ja das wir das überhaupt schaffen komplett. Nein. Also. Über die Wiki kriege ich nicht alles. Also. Copper. Nickel. Cobalt. Und so viele Sachen. Ich kann dir die wirklich schicken. Da sind voll viele Dinger rot. Nein. Warte nicht. Was ist mir in dem Genetic Labor eigentlich? Ja. Siehst ja ne. Also ich kann jetzt die linke Seite kann ich nur komplett fertig machen. Das andere dauert ewig keinen. Ambrosia brauche ich äh. Royal Jelly. Wollen wir die beiden Sachen wirklich fertig kriegen oder ist das scheißegal jetzt? Also mir wäre es eigentlich relativ egal. Weil es ewig lange dauert. Besonders bei Genetic. Mir nehme ich auch. Weil. Das dauert viel zu lange noch. Also das eine kann man noch craften. Weißt du aber da brauche ich halt Material. Da weiß ich nicht ob wir alles haben. Ich guck mal eben Genetic. Genetic. Äh. Ja da brauchst du wieder massenweise. Wir haben glaube ich kommt's hin hier ne. Ich geh aber erstmal drüben nochmal kurz das Ding hier. Wir haben 27 Tin. Ah. Das ist jetzt auch nicht mehr das meiste. Also das ist jetzt. Mir wäre es relativ eigentlich egal. Wenn du es machen möchtest dann machen wir noch so weit wie es geht. Ich will hier nur was lernen gehen. Also das Teil hier drüben noch. Suche ich hier ab alles. Und sonst eigentlich eher gar nicht so viel. Gold zurück. Alles gold zurück hier gerade. So. So. Haben ja so viel eigentlich auch schon geschafft. Haben wir auch. Und dank der wiki kann ich die hälfte wiki nicht machen. Selbst gold. Ich weiß nicht wie der das gold element haben will. Wenn ich hier bei. Eingebe. Oh. Nicht doppel g. Gold. Gold element. Ja ein gold element. Dann will ich das haben. Dann muss ich gold. Ja dann habe ich gold. Und dann kann ich nicht weitermachen. Weil was ist denn das? Äh. Keine ahnung. Irgendwo ist glaube ich auch gold element. Moment. Ah. Ich glaube bei den ganz vielen ne. Wo war das denn? Zin. Aluminium. Nein. Nein. Oder gab es kein gold. Cobalt. Nickel. Copper. Gab es denn. Gold hatten wir glaube ich schon mal ne. Zink. Titan. Iron. Nein. Gold gibt es gar nicht in dieser Kust. Lame. Jetzt hier die Frage. Die trams. Das ist Biomasse. Die sind immer am arbeiten noch. Ich glaube sowas hätte man damals schon als erstes anfangen müssen. Wie verrückt. Oh. Boah. Ich habe hier nämlich gold fashion grad gefunden. So ein bei mir. So ein bei mir. Naja. Aber das gold brauchen wir nicht. Ja flüssig ne. Gold flüssig. Ja. Habe ich doch hier unten. Ich habe au. Freu dich freu dich freu dich freu dich. Vielleicht. Und ich weiß. Wenn da sowas haben hier. Kann ich nicht einfach sagen zugehen. Wie десятine P Suppeienная. Speech. Ob Fantastisch. Ich habe gerade nen Pikman gehört. Mäa." Was aber, der falou? Wie�? Mit dem conscient? Ist letztlich. Glaubst du nicht? Grund PEAK. Was? so dann wollen wir die blöcke hier noch wenn ich hätte herstellen brauchen kobalt nickel strundium keine ahnung wie gesagt rot rot sagt keine ahnung die heffende also diese einfache sachen die man so feuer brauchst du bei den anderen kasten die sind da aber wird auch nicht bei dem element element plus atomic number ja schön weiß ich welche atomic number total mies die sache wenn das nur ein wäre dann würde ich ja sagen das ist irgendwas selten was man kaum raus bekommt dass das kann ich dann verstehen aber dass das so massenweise dann da ich auch nicht kobalt 44 stücker die habe ich schon mal irgendwo rausbekommen ich glaube die quest haben wir sogar kobold und mann mann ist es okay Untertitelung. BR 2018